Ich glaube nicht, ich glaube ja, er ist ganz zahm. Du auch nästig, schießt du mal? Komm schon nästig, Neski gegen Kampfortronen, 800. Ah, hey Lex, warum fängt es dich aus, wenn ich spiele? Willst du angreifen, Neski, soll ich machen? Ich habe ihn wahrscheinlich rausbekommen aus der Klitschposition, ja. Bist du Freund oder Feind? Ah, mein Kopf. Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ah, hast du geklitscht. Zeit, dein Ding zu erledigen oder macht ihr nur ein Stairdown? Wir machen nur ein Stairdown. Meine Damen und Herren, zu diesem heutigen Stairdown haben wir Nastia gegen ein Scheusal. Wir werden gleich sehen, wer von beiden ein größeres Scheusal ist. Sie erhalten den Stairdown lange durch. Nastia hat ihr Schwert bereits. Das Scheusal hat ja nicht wirklich Augen. kleine blaue Punkte. Nastias Frisur glitscht wahrscheinlich wieder im Gesicht herum. Es schaut fast so aus. Es schaut nicht so aus, als würde dieser Kampf je ein Ende finden. Ich werde es unterbrechen. Das Scheusal wurde dreimal in den Rücken gestochen. Es wendet sich leicht verwirrt von Nastia ab. Es scheint zu verlieren. Bedeutet das sein Tod? Noch nicht. Aber gleich. Naja, Nastia gewinnt. Was für ein Kampf. Du hast es benutzt. Ich werde es benutzt.